Sein Name ist Hase und was den Tischdurchsport betrifft, weiß er wirklich richtig gut Bescheid. Spiel den Bundesliga-Club DSV Bad Königshofen. Da gibt es richtig viele gute Talente, allem voran die beiden Itagakis, aber auch noch einige mehr. Konrad Hase mit der Nummer 16 Aufschlag. David Fischer Nummer 29 in der Gruppenphase am heutigen Samstag, den 17. Mai 2022. Bayerische Einzelmeisterschaften endlich wieder nach 2020. Titelverteidiger ist Daniel Rindra an zwei gesetzt. Hannes Hörmann, Geheimfavorit, Matthias Danzer, Ablösen und die beiden bayerischen Topspieler. Kilian Orts vom Verein von Konrad Hase, DSV Bad Königshofen und Alex Flemming vom Zweitligisten TV Hildewaldstein. Die beiden einen Zweitligisten Tops, direkt von Konrad Hase,欢äch Estele Pan-Hase, um nach 30 Sekunden schadst� und nach 30 Sekunden schadst�. Zusätzlich daran, Luftwaffe, irgendwann nach 50 Sekunden schaden in den 입· plans für Kompad hin, ��만 er weiter ihr in! Das war тысяч. Nächste, Youth sind Zahlen, und hier Mathe, Korb-Drünz Fоб��ós haben die beiden Sem RIGHT jetzt vermählte Deine Haar Vielen Dank. 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 Come on. Vielen Dank. Go. 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 Go.